Mein Name ist Peter Berner, ich bin Besitzer der Firma ALC in Kämmerden. Wir sind ein metallverarbeitender Betrieb, der unter anderem für eine der größten Fast-Food-Ketten der Welt arbeitet. Ich hatte vor vier Jahren die Möglichkeit, einen kleinen, vor dem Konkurs stehenden Betrieb mit sieben Arbeitnehmern zu übernehmen. Wir sind mittlerweile auf 35 Personen angewachsen. Das Ganze ist natürlich nur möglich gewesen durch viel persönlichen Einsatz und natürlich den Fördermitteln der EU.